Wir erinnern uns gerne an die schönen Momente im Leben, die aufregenden Momente, die Momente, die uns nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh, mein Leben ist so toll! Als wir glücklich waren. Ich liebe Kokain! Zusammen mit Freunden unterwegs, das Leben genossen. Hier bekomme ich sofort Gänsehaut. Es ist toll, wieder hier zu sein. Verarschst du mich? Hangover 3. Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr. ProSieben.